Hallo, heute war ich mit dem Ohr vor Ort in Germersheim. Ich war in der Innenstadt unterwegs mit einem Infostand. Viele Menschen sind auf mich zugegangen. Die Themen waren insbesondere die Stadtbahn, Rentenpolitik, Flüchtlingspolitik. Ich werde weiterhin vor Ort gehen. Der nächste Termin findet statt am 19. April in Wörth im Einkaufszentrum. Ich lade Sie heute schon herzlich ein, vorbeizukommen.